Hallo und guten Tag, mein Name ist Pavel De Linger und ich arbeite für die Deutsche Telekom und ich laufe hier auf dem Flughafenfeld von Köln-Bonn, direkt zum Flieger. Und ich bin heute nicht mehr so magenta gefahren, getarnt wie gestern, sondern ganz normal. Und ich könnte aber jederzeit meine Unterwäsche zeigen und meine Socken zeigen. Ist jetzt aber nicht notwendig. Ich freue mich gleich nach Hause zu kommen, die Familie wartet. Und ich freue mich auf die nächste große Gelegenheit. Bis dahin, alles Gute, tschüss!